20 Jahre nach der Klänge wollten wir dieses Jahr feiern. Pustekuchen. Deshalb stattdessen in diesem Jahr Klänge im Netz. Am Samstag, den 12.12. um 19 Uhr. Prominente Gäste, spannende O-Töne, interessante Interviews, professionelle Moderation und natürlich ganz, ganz viel Musik. Wir in jedem Jahr zusammen mit der Badischen Zeitung zugunsten der Aktion Hilfe zum Helfen. Auf den Internetseiten von Musikschule und Badischer Zeitung und danach jederzeit auf unserem YouTube-Kanal. Schauen Sie rein!